Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dwegenmieri. Ich habe es ein bisschen zu gut gemeint. Ich tue wieder Grillen. Oh, es ist schon sehr schwarz. Ja, Hunde halten braucht einen Sicherheitsabstand ein. Haben auch schon was bekommen. Ja, ich filme jetzt mit der neuen Kamera, wenn man vielleicht schon feststellt. Also für mich, mir fällt es jetzt nur auf dem Gerät selber auf, dass die Qualität besser ist. Auf dem PC bisher noch nicht. Ja, für die, die sich immer beschweren, dass meine Videos so scheiße ausschauen, dass die Videoqualität... Bist du ein Deppertar. Ich habe wirklich übertrieben. Ja, wie man sieht, es sind bunte Holzstücke drin. Das sind die Türen von den bunten Boxen. Ich habe wirklich übertrieben. Ich hätte das nicht so hoch auftürmen dürfen. Naja, brennt auf jeden Fall sehr gut das Holz. Obwohl es lackiert ist oder vielleicht deswegen. Weiß ich nicht. Das Licht ist aus. Aha, das ist blöd. Ja, jetzt ist gerade ausgegangen. Wieder eingeschalten. Ja, mit der Kamera kenne ich mich noch nicht so gut aus. Ja, also so kann man natürlich sein Holz auch verwerten. Das ist extrem hoch. Ich weiß nicht, ob ich stolz oder nicht stolz auf mich sein soll. Naja, auf jeden Fall nicht. Das ist übrigens ungesund, macht sowas nicht. Naja, auf jeden Fall muss ich mich noch mit der... Aha, die Hunde haben schon in anderen Aktivitäten. Dings. Ja. Wir haben auch gerade Hitchcock die Vögel, wenn man sieht. Ich weiß nicht. Die ziehen gerade vorbei. Ja. Ich habe dich auch lieb, Buffy. Und ich muss mich halt noch mit der Kamera einleben. Wie die jetzt so ist. Die hat nämlich Touchscreen. Womit ich überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Warte, wie geht das jetzt? Ah, jetzt. Jetzt. Nach einer Minute geht das Licht aus. Das ist scheiße. Ich hoffe, das kann man irgendwie umstellen. Ja. Aber es wird auf jeden Fall... Nein, es wird nicht niedriger. Der Wind ist nur... Der Wind ist blöd. Ich dachte eigentlich, heute ist windstill. Aber sobald man das Feuer zündet, ist auf einmal Wind da. Der Feuer nicht da war. Ist doof. Naja. Buffy, wehe. Du gehst mal einen Schritt weiter. Ich habe gesagt, da ist... Nein. Ja. Ist halt immer anstrengend. Auf jeden Fall ist das jetzt das erste Video mit der Kamera. Auf dem zweiten Channel. Deswegen kamen jetzt noch so wenige Videos. Ja. Ich hatte wieder Lust. Ich habe Hansi gefilmt, wie sein Schnabel wieder zuwächst. Es sieht momentan ein bisschen nicht mehr so gut aus. Also es heilt... Naja. Aber es quillt eben das Fleisch raus. Irgendwie ganz komisch. Aber wir haben am Montag, hoppala, Tierarzttermin. Da sind wir mit sehr vielen dort. Ich fürchte, der Willi bekommt jetzt auch Hinterhandslähmung. Das ist dann die dritte Ratte bei mir. Die wird deswegen einschläfern müssen. Ich hoffe, bei ihm kann man noch was machen, weil bei ihm schaut es noch nicht so arg aus. Das war auch wieder so ein Schub. Wieder mal Wochenende, wie immer. Und seitdem ist nichts schlimmer geworden. Das heißt, ich hoffe, man kann noch was machen. Ja. Auf jeden Fall genießen wir heute den jetzt nicht mehr so schönen Tag. Als ich rausgekommen bin, war die Sonne da. Und es war Wien still. Naja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Sagt mir mal, ob diese Bildqualität jetzt besser ist. Die Person weiß schon, dass sie gemeint ist. Ich mache mal vielleicht so. Naja. Buffy-Aufnahmen. Ist das jetzt besser? Ich sehe es nur auf dem Bildschirm. Auf dem PC sehe ich den Unterschied nicht mehr. Ja. Und dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Video.